So, okay. Ich finde den Hund einfach viel interessanter. Ja. Das hoffst man nicht, ne? Sie sieht die Bieste ja nicht. Da muss sie ja in die Sange gucken. Ja, stimmt. Danke. Da vorne ist ein Direktor drauf, mit dem man denn schon mal... Ja, da habe ich einmal angepasst. Oh, ich sehe ja auch den zweiten. Ja, wo ist der denn? Komm mal, guck mal, wenn du das Orangen in deinem Busch lebst. Oh ja. Das hier ist Pickeli. Das hier ist Pickeli. Das hier ist Pickeli. Das da hinten, der da liegt, ist Frederic. Guck mal, da sieht noch Frederic aus. Guck, so sieht Frederic aus. Man darf nicht zittern und reingehen. Hm, nein, das ist ein Geschilder. Guck mal. 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 Guck mal.